Die NVA ist nach ihrem Selbstverständnis eine Armee des Volkes gewesen, aber sie ist tatsächlich eine Armee der Partei. Der Dienst in der NVA ist ein kasernierter Dienst gewesen, so weit so gut, das war es bei der Bundeswehr auch und das gilt für alle Armeen, erst recht für Wehrpflichtarmeen. Aber der Dienst bei der NVA ist von den Protagonisten als besonders einschränkend, besonders reglementierend empfunden worden. Die Soldaten der NVA mussten zu 85 Prozent präsent sein, die sogenannte Gefechtsbereitschaft. Das heißt, nur 15 Prozent können in Urlaub gehen, krankgeschrieben sein und ähnliches. Das bedeutet, dass die Soldaten nur sehr, sehr selten die Möglichkeit haben, nach Hause zu kommen. Im Durchschnitt vielleicht alle sechs bis acht Wochen, es gibt doch Beispiele, dass Soldaten, die ganz normal Dienst gemacht haben, über viel längere Zeit nicht nach Hause gekommen sind. Für junge Männer, die andere Dinge im Kopf haben, als Dienst zu leisten, vielleicht ihre Freundinnen, ihren Fußballverein, ihre Familie, ihr Hobby, eine ganz, ganz große Einschränkung. In der Bundeswehr hat man versucht, spätestens seit den 60er Jahren, beginnend und in den 70er, 80er Jahren systematisch das System der heimatnahen Einberufung durchzusetzen. Das heißt, junge Wehrpflichtige sollten möglichst da ihren Dienst versehen, wo sie auch herkamen. Das ließ sich nicht immer realisieren. Sie haben besonders dicht besiedelte Gebiete, beispielsweise das Ruhrgebiet, und dann haben sie den Bedarf an der innerdeutschen Grenze dann gehabt, also beispielsweise in Norddeutschland, die nicht so stark besiedelt werden. In der DDR gilt das in gewisser Hinsicht auch. Sie haben einen dichter besiedelten Südbereich, so Sachsen-Thüringen, und einen weniger stark besiedelten im Norden. Aber trotzdem ist es natürlich widersinnig, wenn Haufenweise Sachsen in Mecklenburg-Vorpommern in Mordschützenregimentern ihren Dienst leisten und gleichzeitig Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern in Thüringen oder in Sachsen ihren Dienst leisten. Man wollte die Chance nutzen, junge Menschen anderthalb Jahre unter Kontrolle zu haben, auf sie einzuwirken und im Sinne der Staatsdoktrin zu besseren sozialistischen Persönlichkeiten, wie man das nannte, umzuerziehen. Also Schikane zielt vor allem auf das sogenannte EK-System, das System der Entlassungskandidaten. Und das ist das Verrückte, dass es eben nicht Vorgesetzte gegenüber untergebenen Soldaten sind, sondern Gleichgestellte, also Mannschaftssoldaten untereinander, die nur einen Unterschied haben. Die einen sind schon etwas länger dabei und die anderen sind ganz neu zur NVA gekommen. Auf der niedrigsten Schwelle waren die jungen Soldaten. Die hat man als Aale, als Dachse, als Glatte, als Pisser und Ähnliches bezeichnet. Im zweiten Diensthalbjahr, also praktisch in der Mitte ihrer Dienstzeit, sind sie dann aufgestiegen zum sogenannten Vize oder mit ähnlicher Bezeichnung zwischen Pisser, die man für diese Soldaten hatte. Und dann im letzten Diensthalbjahr, in den letzten sechs Monaten, da war dann sozusagen die höchste Stufe dieser informellen Hierarchie erreicht, da war der Soldat dann ein EK, ein Entlassungskandidat. Und die älteren Soldaten nahmen sich nun besondere Rechte heraus. Das musste nicht so sein, das war von Truppenteil zu Truppenteil sehr unterschiedlich, aber man kann sagen, es war ein flächendeckendes Phänomen. Es fand sich eigentlich in fast allen Bereichen der NVA. Und diese besonderen Privilegien, die sich die Älteren herausnahmen, die können für uns zum Teil ganz lustig und ganz lächerlich vielleicht auch klingen. Zum Beispiel, dass die älteren Soldaten von den Jüngeren verlangten, ihnen die Betten zu bauen, das Essen zu bringen, den Schuhputz zu machen, vor allem das überhaupt nicht beliebte Revierreinigen zu übernehmen. Also das heißt, die Klos zu putzen und die Stuben zu putzen und den Boden zu wischen. Es gab auch ganz, ganz viel Schikane, viel seelischer Terror bis hin zu zugegeben wohl labilen Soldaten, die durch Schikanen im IK-Wesen, im Bewusstsein ihrer Kameraden in den Selbstmord getrieben wurden. Man könnte sich jetzt gut fragen, und wo sind da die Vorgesetzten geblieben? Die haben sich geflissentlich zurückgezogen in den allermeisten Fällen. Es gab ganz, ganz selten Vorgesetzte, die dagegen auch wirklich vorgegangen sind. Die Fälle gab es auch, aber sie waren eben die Ausnahme. Wir wissen das deshalb so genau, weil die politische Hauptverwaltung, das heißt der Politarm der SED in der NVA, dieses Entlassungskandidatensystem seit Einführung der Wehrpflicht als eine sogenannte Bewegung, das heißt als ein flächendeckendes Phänomen identifizierte, die Staatssicherheit übrigens genauso. Und das Interessante ist, obwohl die Vorgesetzten bis hin zur Leitung der NVA von diesem Problem wusste und bis zum Ende der NVA dieses Problems nicht her wurde, ist man nie dagegen vorgegangen. Die Vorgesetzten verließen abends, wenn der Dienst beendet war, und der Dienst war lang und hart, in der Regel fluchtartig die Kaserne, wenn sie konnten. Sie wollten einfach nur noch nach Hause, sie kehrten der Kaserne den Rücken, und die Soldaten in ihren Unterkunftsbereichen blieben sich selbst überlassen. Eigentlich hätten sie doch, um ihre eigene Autorität zu stärken, dieses EK-Wesen unterbinden müssen. Das haben sie aber ganz bewusst nicht gemacht, weil gegen Ende eines Turnus einer Wehrpflichtzeit normalerweise große Überprüfungen stattfanden. Das heißt, die Einheiten, die Verbände, die Kompanien wurden geprüft, ihnen wurden Gefechtsaufgaben gestellt und Ähnliches. Und das war für die Vorgesetzten sehr, sehr wichtig, denn da standen sie auch zur Bewährung. Sie mussten dann auch zeigen, was sie können mit ihren Einheiten. Und da musste man sich auf die Entlassungskandidaten verlassen. Das waren die erfahrensten Soldaten und die erpressten ihre Vorgesetzten oft damit nach dem Motto, wenn ihr uns unser EK-Wesen nehmt, dann werden wir euch bei den Überprüfungen gegen die Wand fahren. Ich habe es selbst so erlebt, als junger Rekrut, als Panzerschütze, Offizieranwärter, dass die älteren Hauptgefreiten sich manches so herausnahmen. Und die kannten sich natürlich besser aus. Die wussten, wie man sich im militärischen Raum bewegt in so einer Kaserne. Die hatten einen Informationsvorsprung. Aber, und das ist der große Unterschied, vom ersten Tag der Dienstzeit wurde dem Soldaten der Bundeswehr und wird ihm bis heute klargemacht, welche Rechte er hat. Und genau da unterscheidet sich das System gravierend. In der NVA gab es keinen Wehrbeauftragten, den man hätte anschreiben können, der dann eingeschritten wäre. Es gab kein Beschwerdewesen, das mit dem Bundeswehrbeschwerdewesen vergleichbar gewesen ist. Also ein Beschwerdewesen, wo man Anspruch auf einen Zwischenbescheid hat, wo man in die Revision gehen kann. Also ein auch verwaltungsrechtlich transparentes System, mit dem man sich wehren konnte. Presse, die man informieren kann. All diese Dinge, die Öffentlichkeit erzeugen und die einem deutlich machen, jawohl, ich bin zwar Soldat, ich bin in einem System eingebunden, wo Befehl und Gehorsam herrscht, aber ich bin auch Staatsbürger in Uniform und ich habe gewisse staatsbürgerliche Rechte. Und das ist für mich der wesentliche Punkt. Es sind systemische Unterschiede. Die Menschen östlich und westlich der Elbe, die sind doch dieselben. Und was junge Leute im Kopf haben und ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte und das Militär in der Zeit, wo man 18, 19 ist, eigentlich Mist ist, weil man was anderes will, Freundin, Auto, Motorrad, Fußball, alle möglichen anderen Dinge, Studium, was man im Kopf hat, sich sagen lassen zu müssen, weil man zum Essen geht, das ist alles im Grunde genommen für junge Leute Mist. Das ist im Osten wie im Westen. Aber der Unterschied ist, ob diese brisante Mischung junger Menschen, Menschen, die in ihrem Freiheitsdrang, in ihrem Drang, sich individuell entfalten zu wollen, die da eingeschränkt werden, ob ich ihnen Möglichkeiten lasse, sozusagen Dampf abzulassen über eine Ventilfunktion, dass sie die Kaserne verlassen können, dass sie am Wochenende nach Hause gehen können, gegen ein System, wo man einfach weiß, in diesen 18 Monaten bist du eigentlich wie weggesperrt. Und wenn du Pech hast, wenn du Pech hast, bist du rechtlos. Erstmal ist es interessant festzustellen, dass bei diesen heiklen Fragen wie Selbstmord, wie Unfalltote und Ähnliches, dass teilweise, dass die Akten fehlen, beziehungsweise die statistischen Untersuchungen nicht weitergeführt wurden. Aber interessant ist, das Jahr 1964, 65 scheint wirklich das gewesen zu sein, wo es die meisten Unfalltoten gab, bei Übungen, bei Großmanövern vor allem. Es gibt viele Gründe dafür, vor allem nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften, überzogener harter Drill sicherlich, das sogenannte kriegsnahe Ausbilden, das bis an die Grenze getrieben wurde. Aber interessant ist, dass die Bundeswehr zum gleichen Zeitpunkt, 1964, 65, fast genauso viele Unfalltote hatte, nur sie war dreimal so groß. Die Unterschiede sind doch eklatternd. Und sie sind noch viel größer, wenn wir uns so Zahlen angucken, wie zum Beispiel Nötigungen von Vorgesetzten, wenn wir uns Zahlen angucken, wie beispielsweise Körperverletzungen oder Ähnliches. Da hat die NVA einen absoluten Spitzenwert. Also wir können davon ausgehen, dass in den 60er Jahren so etwa 8.000 bis 10.000 nachweislich, also aktenurkundig nachweisliche Formen von Körperverletzungen nachzuweisen sind. Das ist enorm viel. Also die Bundesrepublik hatte von Anfang an schon mit der Einführung der Wehrpflicht die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern. Und zwar genau genommen, den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Allerdings, das muss man fairerweise sagen, mit zum Teil erheblichen gesellschaftlichen Konsequenzen. Wer den Wehrdienst verweigerte im Westen, der hatte es schwierig, bei bestimmten Arbeitgebern dann zum Beispiel unterzukommen. Das muss man fairerweise sagen. Das liberalisierte sich erst deutlich in den 70er und dann vor allem in den 80er Jahren. In der NVA sah das anders aus. Dort war die NVA mit Einführung der Wehrpflicht 1962 total überrascht, dass so viele junge Männer den Wehrdienst verweigerten. Und zwar ganz grundsätzlich. Und man versuchte, eine Lösung zu finden, indem ein Wehrersatzdienst angeboten wurde. Das heißt, ein Dienst als Soldat ohne Waffe. Das ist etwas ganz anderes als die Kriegsdienstverweigerung im Westen. Denn wer sich dazu entschied, der wurde eingezogen in eine Baueinheit. Der wurde Bausoldat. Und der ist damit in mehrfacher Hinsicht diskriminiert und diskreditiert worden. Es fängt damit an, dass die Bausoldaten zwar nominell Soldaten der NVA waren, aber nicht befördert werden konnten. Das Entscheidende war aber, dass die Bausoldaten nach ihrer Bausoldatenzeit kaum eine Möglichkeit hatten, oder nur in den seltensten Fällen eine qualifizierte Ausbildung zu machen. Eine Entscheidung für den Bausoldatendienst bedeutete auch ein ganz klares Bekenntnis gegenüber dem SED-Staat. Denn die SED sagte, Dienst bei der Fahne, Waffendienst ist Friedensdienst. Und wer diesen Dienst bei der Fahne nicht leistet, diesen aktiven Friedensdienst, der hat offensichtlich etwas gegen diesen Frieden. Und er will vor allem diesen Staat nicht verteidigen und sich dafür einsetzen. Also muss der Staat auch keine Leistung für ihn erbringen und muss sich nicht für ihn einsetzen, sprich, ihm ein Studium zu finanzieren. Das war die Lesart.